In einem Kilometer werden wir an den zweiten Ausfahrt verlassen. In 300 Metern den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen, auf Udinghaka-Deuss-Sarkozius-Ski weiter folgen. Die haben alle schon neue Autos, außer der da oben. So, das war alles noch alles. Ich muss gleich noch Wasser nach Föhlen. Jetzt nebenbei sind wir an der zweiten Ausfahrt verlassen. Genau, Zentrobess. In 500 Metern halbwegs abbiegen. In 300 Metern halbwegs abbiegen, auf Ulica, auf Stato Vastavi. So, hier halte ich erstmal ein bisschen Wasser nach. So, hier halbwegs abbiegen. So, hier halbwegs abbiegen. Jetzt links abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Ja, rechts und links und so. Jetzt rechts abbiegen. In 200 Metern links abbiegen, auf Ulica, Zages, Sieg, San Diego. Wir müssen jetzt alle hier rechts biegen. Siehst du das nicht? Das war's für Fußgänger. Eigentlich der Touristenort. Leber. Jetzt links abbiegen. In 200 Metern links abbiegen, auf Ulica, 1,2, ja. Jetzt links abbiegen. Jetzt hier. Mal gucken, da vorne ist das Strand. Solarium brauchst du heute nicht. So warm. Jetzt rechts abbiegen. Das geht ja schon mal nicht. Weil es rechts nicht weiter geht. Das muss geradeaus. Da bin ich nicht durch. Ich kann mal einfach mal jetzt. Einzige was ich darf. So, den werde ich kennenzulernen. So, das reicht hier. Ich kann auch noch ein bisschen nach hinten. Ja, lass mal da. So, lass mal hier rechts. Das ist auch noch rechts. Das ist auch noch rechts. Hier, Stopp. Da liegt ja gerade raus, ja. Ah, da hinten ist auch was zu sehen. Lass mal da rein. Hier kann man da rein. Oh, hier. Das war doch schnell. Da muss ich da auch machen. Hier geht's nicht. Eber. Jetzt rechts abbiegen. Ja, rechts abbiegen. Ja, rechts abbiegen. Hier sind alle schon. Hier sind alle schon wieder. Ja, ich denke, ich brauche hier schon. Jetzt fahren wir doch wieder rechts rum, ne? Ja. Also wieder raus hier. Da ist noch rechts abbiegen. Jetzt rechts. Und erst mal Stopp. Da haben wir es hier. Da war ich hier. Jetzt links abbiegen. Und dann links. Und dann links. Oh, siehst du? Alle Hand hübsch sind. Deswegen mal links. Halt. Jetzt hol' ich jetzt mal drauf. Ja, so viel Blonde ist es eigentlich in Deutschland nicht mehr. Viele haben auch Kumpf gewonnen. Dass man gar nicht mehr die Haarfarbe sieht. In 300 Metern links abbiegen, auf Ullika, auf Stattung, was sagt, wie weiter verfolgen? Jetzt gibt es abbiegen. Jetzt halb rechts abbiegen. Also hier. In 200 Metern den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen, auf Ullika, Zawanski. Jetzt den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. Nach Lauenvorbau. In 300 Metern den Kreisverkehr an der dritten Ausfahrt verlassen, auf Ullika, Tadeusz, Zawanski. Jetzt den Kreisverkehr an der dritten Ausfahrt verlassen. Ja, wir haben hier auch so einen lauen Wurf und da ist es ganz schlimm geworden. Heute wollen wir das nochmal vergleichen, richtig. 10 Kilometer der Strasse von Ullika. Und schnell.